Ich habe mich für die Folge entschieden, weil sie für mich da sind und ich mich sehr wohlfühle, durch den Betrieb zu arbeiten. Ich habe mit meiner Tochter zusammen verschiedene Orten angeschaut und die Folge ist uns einfach am familiärsten über den Kunden, hat uns am besten gefallen. Ich habe mich für die Lehre in der Folge entschieden, weil ich den Volk von klein auf kenne, sie hatte in dem Dorf einer, in dem ich aufgewachsen bin. Weil ich schon von Anfang an ein Volk Kind gewesen bin. Ich bin nicht nur eine Mitarbeiterin, ich fühle mich sehr wohl und gehöre zur Folge Familie. Das familiäre Umfeld und die tollen Kollegen sind mir extrem wichtig. Meine Erwartungen sind, dass meine Tochter zufrieden ist, dass es ihr gefällt. Ich höre das von anderen Orten nicht so, aber die Folge hat wirklich am Anfang schon gezeigt, das und das und das, so kommt sie weiter. Ich finde es sehr schön, dass sie uns die Verantwortung geben, dass wir überall mitarbeiten dürfen. In der Lernstunde lerne ich im Lernenden Bestellungen zu machen und was alles im Laden noch ansteht. Die Lernenden dürfen im ersten Lehrjahr schon selbstständig Bestellungen machen und an der Kasse arbeiten. Während der Lehrzeit ist der Erfolg für mich da und unterstützt mich, egal in welchem Bereich der Schule ist oder auch während dem Arbeiten. Bei meinen Ladenbesuchen fordere und fördere ich meine Lernenden und der persönliche Austausch ist mir sehr wichtig. Ich lege einen sehr grossen Wert auf eine solide Grundausbildung und dass die Lernenden im Alltag, was sie gelernt haben, umsetzen. Für unsere Lehrabgänger ist die Laufbahnplanung ein wertvolles Programm und unterstützt unsere Lernenden für die Weiterentwicklung. Nachwuchsförderprogramm und vor allem im dritten Lehrjahr finde ich super. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, sich weiterentwickeln. Ich habe mich dazu entschieden, welch im Leben weiterkommen würde und durch das kann man sich zur Stellvertretung und Filialeitung aufarbeiten. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee, wenn man so junge Leute im Berufsleben fördert. Wenn unsere Lernenden Vollgas gehen, können sie eine Karriere machen bei uns im Volk. Ich empfehle jedem im Volk, zu schnuppern oder zu proben zu arbeiten, weil es sicher für jeden etwas dabei ist. Es ist so familiär und das hat uns am meisten Beidruck, dass man einfach reinkommt und man fühlt sich zu Hause. In der Schnupperlehre finde ich wichtig, dass der Schüler Interesse zeigt, dass er offen gegenüber Kunden ist und auch hilfsbereit ist. Die Kursen in Bezug auf die Mitarbeiterführung waren immer sehr interessant. Mir am besten gefallen hat der Kurs Verkaufsförderung und Ladebild und am zweiten Tag konnten wir es gerade in einem Laden umsetzen, was wir gelernt haben. Mein Favorit ist eindeutig der Frucht-Gemüse-Kurs. Man hat vor allem alles dabei im Alltag. Man hat so viele gute Kunden an, man hat ein gutes Team, es sind alle füreinander da und man hat recht viel Abwechslung und es wird einem eigentlich nicht langweilig. Es lohnt sich, im Volk einen Lern zu machen. Ich bin froh, zu der Volk-Familie zu gehören. Ich kann Volk mit voller Überzeugung weiterempfehlen und im Unternehmen Volk stehen einem diverse Zukunftstüren offen. Ich bin wahnsinnig stolz auf unsere 400 Lernenden im Volk. Das hat unser Herz schon für den Volk geschlagen. Wie wird euch jetzt?